Guten Morgen! Ich habe gute Laune, es ist Bombenwetter. Bombenwetter, aber ich kann nicht raus. Ich glaube heute ist hier in München 32, 33 Grad, aber ich werde es mir gemütlich machen mit der Kleinen. Wir haben schon in den Tag gestartet, gefrühstückt, jetzt macht Mia und Papa noch was zum Essen, die kleine Tür in der Rippe, die Hebamme kommt gleich, die kommt ja am Anfang immer jeden Tag und dann haben wir nur noch alle zwei oder drei Tage, also die Aufstände werden dann immer größer. Und dann erwarten wir heute Besuch von meiner Familie, von meinen Geschwistern. Alle drei kommen heute, mein Schwager, meine Nichte, mein Neffe, ja und versuchen dann ein bisschen die Zeit zu genießen. Ja, Domi hält es nicht mehr aus. Er war einkaufen. Unser Ventilator reicht nicht mehr aus. Er hat jetzt einfach so eine kleine, kleine Klimaanlage aus dem Bauhaus geholt. Vielleicht bringt es ja was, aber ich sage euch hier im Obergeschoss, ist schon ganz schön heiß und vor allem, wenn man nicht raus kann gerade, man kann die Fenstermen nicht aufmachen und so, dann... Ihr könnt euch gar nicht vorstellen übrigens, wie lange wir daran gesessen haben, nur zu überlegen, welche Produkte es am Anfang in unserem Shop schaffen werden. Ja, es gibt unheimlich viele Baby- und Mami-Produkte, aber eins war klar, dieses Produkt, was ich euch jetzt zeige, das darf definitiv nicht fehlen. Ich muss euch jetzt mal zeigen, wie es hier gerade ausschaut. Ja, da hinten geht es weiter, da wird es schon auf den Boden gegessen. Einen guten Appetit! Danke! So, und wir spielen jetzt noch eine Runde Lego und bauen hier ein mega krasses Haus. Ja, unser Abendprogramm. Ich schaffe es gerade kaum, mich zu melden, aber ich denke, das nimmt mir keiner übel. Wir haben dieses Wochenende sehr viel Besuch, weil einfach in der Klinik kein Besuch erlaubt war und wir wollen natürlich die kleine Maus unserer ganzen Familie zeigen, auch unseren Freunden. Ich wollte noch keine Bussi geben. Einen guten Appetit, Bussi noch? Ich liebe die Mama. Okay. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, weil viele gefragt haben wegen dieser Klimaanlage. Oh mein Gott. Es ist einfach fantastisch. Also man muss sie schon laufen lassen, wenn man die ausmacht, wird es schon schnell wieder warm. Aber sie kühlt und es ist mega angenehm.